Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PescadoTV. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Grazian, das ist Lennart und das ist Lea. Wir sind heute bei der Theater AG der siebten Klasse und wollen mal so gucken, was die so machen. Ich würde sagen, jetzt geht's los. Das sind Mira und Lilia. Lea wird ihnen jetzt ein paar Fragen stellen. Warum wolltet ihr in dieses Projekt? Also uns macht beiden Theater sehr viel Spaß und deshalb haben wir uns entschieden, hier in die AG zu gehen. Ja genau, also wir beide machen das richtig gerne und deswegen wollten wir jetzt in die AG. Was macht euch in dieser AG am meisten Spaß? Also ich bin gern in meiner Rolle und ich lerne auch gerne den Text und generell das Theaterspielen einfach macht mir sehr viel Spaß. Ja, mir macht am meisten das Rollenspiel Spaß und die Aufwärmspiele. Was habt ihr bis jetzt gelernt? Also dass wir nicht auf den Boden gucken sollen, sondern auf jeden Fall nach vorne und dass wir laut sprechen sollen. Ja genau und wir haben schon eine Choreografie eingeübt für unser Theaterstück. Gut, vielen Dank euch beiden und noch viel Spaß. Das ist Frau Dreferl und Lea wird jetzt die erste Frage stellen. Was sollen die Kinder bei Inge in diesem Jahr lernen? Also wir fangen in diesem Jahr an mit dem Adventsstück. Wir spielen in diesem Jahr etwas ganz Besonderes, nämlich ein tierisches Adventsstück. Aber viel mehr möchte ich gar nicht verraten. Und wenn wir das Adventsstück gespielt haben, das wird am 1. Dezember aufgeführt werden. Ich lade euch alle herzlich dazu ein. Viel Publikum ist immer sehr schön. Dann werden wir vor allen Dingen uns mit Improvisationstheater beschäftigen und mal schauen, wie die Kinder so drauf sind, ob wir noch ein anderes Stück entwickeln werden. Das möchte ich eigentlich noch gar nicht so sehr verraten. Und wie lange leiten Sie denn eigentlich schon die Theater AG? Also ich mache die Theater AG jetzt schon seit vielen Jahren, immer wieder mit siebten Klassen. Und wenn ich so zurückdenke, ich glaube zehn Jahre bin ich bestimmt schon dabei. Das ist schon eine ganz schön lange Zeit. Okay, vielen Dank. Jedes Jahr im Dezember feiern die Menschen ein Fest, das alles ist, als alle anderen. Alles verändert sich dabei. Die Menschen sind friedlich, froh und freundlich miteinander. So ein Fest wird die Löwe auch für die Tiere. Das war's auch schon wieder mit der Folge Pescado TV. Ich hoffe, dass ihr einen guten Einblick in die Theater AG bekommen habt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.